So, ich beende den Spuk. Neu starten. Ja, hallo, willkommen zurück. Ich hoffe, man merkt, dass ich jetzt gerade ein wenig not amused bin, ne? Gut. Allerdings mittlerweile müsste ich das Level ja können, eigentlich. Ist jetzt nicht so alt. So schwer ist das Level auch nicht. Tarnon, komm mit. Oh, Quash, komm mit. Du bleibst zu Hause. Firetail und Sparkle kommen mit. Wansai kommt mit. So. Ich habe mir entschlossen, Bug kommt mit, Harrod kommt mit. Und Clevercaller kommt mit. Habe ich irgendwas verpasst? Vergessen. Nein, ich könnte zwar noch ein Element mitnehmen und die bringen nichts eigentlich. Äh, geh ab. Ja, ist ja gut, Leute. Ich weiß mittlerweile, wie es geht. Mittlerweile kann ich das Ding speedrun, wahrscheinlich. Ich rede mit viel Stimme. Das ist der Geister geschenk. So, sie trägt das Ding jetzt hier rein. Mit einem Harrodusch. Stock drum. Sehr gut. Talon raus. Strom aus voll. Die grüne Absperrung wurde durchbrochen. Dies ist die Gelegenheit, in die Büros des Ghostbreaker einzudringen. So. Wo sind sie dann? Grüne Absperrung. Da ist die grüne Absperrung. Da kommt Storm Talon dran. Und hier unten binde ich Hawkwosh dran. Ja doch, Hawkwosh. Gute Arbeit. Die grüne Absperrung funktioniert nicht mehr. So. Und Hawkwosh. Brennt hier mal eine Sicherung. Brennt hier mal eine Sicherung durch. Die grüne Absperrung muss da dran. Der kann da mit Regen. Und die blaue ist weg. Die blaue Absperrung ist unten. Gut. Sehr gut, Leute. Kletterklau. Dein Einsatz. Fehle. Nur wenn Sterbliche zugegen sind. Ist die Unterstützung. Von ihm hier. Von ihm hier. Nur wenn Sterbliche zugegen sind. Nein. Danke. Sehr gut. So gibt man sich gegenseitig Unterstützung. Das ist gut. Das ist echt gut. Gehst weg. So. Damit sind die Bürogebäude. Erst einmal ein wenig. Abgewehrt. So. Jetzt habe ich Zeit. Für. Nein. Ich habe. Moment. Nein. Oder? Ach. Scheiße. Moment. Ich habe Gorkjammer vergessen. Den muss ich mir auch mitnehmen. Das ist ein Scheißteam. Geh weg. Gorkjammer. Ich brauche den ja für. Die Sicherungsding. Das ist jetzt halt Backofen. Banzai. Gott. Ah. Stormtown. Das ist gerade nicht schön. So. Jetzt irgendwas vergessen. Ah. Da. 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 Ui. Übrigens auch nicht. Ich habe das Level gar nicht mehr so schwer in Erinnerung. Gut. Dann muss Hawkewash muss draußen bleiben. Beziehungsweise. Ne. Du hast Stromausfall. Gegen und Starkstrom. Du kommst mit. Du bist dran. Setze das astrale Sicherheitssystem außer Kraft. Das ist jetzt das fünfte Mal. Und sorge dafür, dass kein Sterblicher mit klarem Verstand im Gebäude bleibt. Ja. Das ist ja klar. Der astrale Aufruhr wurde wieder geschlagen. Die Ghostbreaker müssen sich von nun an mehr anstrengen, um deine Geister zu entdecken. Ja, das habe ich mittlerweile hundertmal gehört. Mindestens. So, du machst mir hier ein Geschenk hin. Danke, Mädel. Stromausfall. Regen. Gute Arbeit. Die grüne Absperrung funktioniert nicht mehr. So. Rockjammer kann das Ding wahrscheinlich auch kommen. Mit. Wenn auch noch irgendwas. Mach mal. Die blaue Absperrung ist unten. Gut. Danke. Grün und blau sind unten. Jetzt kann ich. Hier mal so ein bisschen. Los. Hetzi. So. Damit haben wir hier erstmal so ein bisschen. So. Und damit wäre der erste weg. Die Typen übrigens hier in diesen Overalls, das sind die einzigen, die binden können. Also bannen können. Deshalb ist es gut, wenn die wechseln. So. Oh mein Gott. Das ist ein Pferd. Das Pferd. Nimm das mal mit. Guck mal. Geschenk. Nimm es mit. Danke. Jetzt geh rein. Ein anderes rein. So. Für die Absperrung. Warum schlägt die? Die schlagen sich immer gegenseitig. Das ist aber nicht nett. Mach du mal eine Entfernung. Beziehungsweise. Vollschwung. Ähm. Ähm. Achso. Moment. Quatsch. Ich bin ja hier unten binden. Klar. So. Danke. Gut. Damit wäre der Teil erledigt. Er macht hier jetzt eine Entfernung. Und er hier darf mal ein Pferd machen. Sollte doch eigentlich helfen. So. Inferno. Sturm. Dann Firetale auch noch dazu geholt. Mit Backofen. Du hast die rote Absperrung deaktiviert. So. Die ist jetzt deaktiviert. Und er hier darf. Lass es regnen. Lass es regnen. Der EPS wurde erfolgreich deaktiviert. Der EPS wurde erfolgreich deaktiviert. Durch die Deaktivierung des EPS hast du Rekruten hinzugewonnen. Danke. Sehr cool. So. Du trägst das Ding jetzt bestimmt da hin. Oder so. Oder nach unten. Das kannst du auch tun. Das bringt ein bisschen Punkte. Ich würde gerade sagen. Nicht glütschen. Du bist um. Dich kann ich wieder hier draußen binden. Und mit dir kann ich Beben anfangen. So. Hör du mal kurz auf. Hör du mal kurz auf. Hör du mal kurz auf. Gut. Damit. Mal ein bisschen anders da hinsetzen. Würde ich sagen. Jetzt kommen wir an den Teil. Wienenschwarm. So. Binden. Binden. Da unten. Binden. Mit der Bedingung. Ah ne. Scheiße. Du kriegst Bug nicht. Du kannst mir ja mal ein neues. Dreiandisches Pferd machen. Das ist ja nie verkehrt. Kletterglock. Kann ich hier so ein bisschen Panik wieder ein bisschen machen. Das ist ja nie verkehrt. Das Geschenk. Und Feuerball. So. Ihr kriegt es jetzt erstmal da. Feuer, das hat mir noch alles an. So. So. Da beben wir mal ein bisschen. Gehen hier hin. Gehen hier hin. Oh mein Gott. Horroranblick. Weh. Wow. Das hat eben. Die geht ab. Hui. Habte ich gedacht, dass der so heftig ist. Oh, danke. Erfrierung. So. Seid ihr denn, oder? Da unten seid ihr. So. Stromausfall ist jetzt auch wieder bereit. Äh, Starkstrom meine ich. Leute, was macht ihr da eigentlich? So. Der ist gebrutzelt. So. Ihr entkommt mir nicht, Leute. Ihr entkommt nicht. Ganz einfach. Das hab ich jetzt mal so bestimmt. So. So. Dün, 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 dün. So. Fuck. Guck mal da. Freund, komm spielen. Spiel mit ihm. Los. Spielen. Ah, der dürfte eigentlich auch weg sein. Damit ist noch der da übrig. Wo ist der? Ach so. Da. Da. Gerade läuft's wesentlich besser als die ganze Zeit. So. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, da ist noch einer. Schau das weg. Ja, okay. Da hin will ich dich. Ich hoffe nur, dass der endlich auch noch fest glitscht. Okay. Alter, das Horroranblick, das macht so heftig, wie ich gerade feststellen muss. Oh Gott. Aber das war jetzt irgendwie knapp eine Stunde, die ich alleine an diesem Level gegangen habe. Dafür warte ich einfach mal jetzt auf die Punkte. Hui. Das hat Punkte gebracht. Irgendwie so ein bisschen. Und vielleicht. 3382. Ja. Nein, das... Ja, doch. Gut. Ah, damit öffnet sich Full Metal Jacket. Ah. Mal die Arme ausstrecken. Ich würde damit aber sagen, das machen wir dann... ...in der nächsten Episode. Ich werde jetzt kurz mal noch 5 Minuten einfach mal... Ich muss nämlich mal ganz dringend auf Klo. Und danach bin ich dann gleich wieder für euch da. Bis dahin und... Tschau, tschau, tschau.